Jeden Mittwoch findet der Wochenmarkt in Cineo statt, und das bereits seit über 700 Jahren. Cineo finden Sie in der Insel Mitte. Direkt an der Kirche von Cineo befindet sich der Marktplatz. Der Wochenmarkt von Cineo ist der einzige auf Mallorca, wo noch lebende Tiere wie Schweine, Schafe, Ziegen und noch vieles mehr verkauft wird. Ebenso gibt es aber auch Obst und Gemüse, Kräuter und vieles mehr. Besonders lecker sind im Frühjahr die frischen Orangen. Besuchen Sie den Markt sehr früh am Tag. Ab halb elf kommen sehr viele Busse mit Touristen und es wird dann sehr voll auf dem Markt. Und das ist dann nicht mehr schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Besuch des Wochenmarks in Cineo. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020